Er ist deutlich leichter als der üblicherweise von Feuerwehren eingesetzte C-Schlauch und damit spart der Einsatzkräften Kraft und macht sie schneller mobiler. Die freiwillige Feuerwehr Hoxiel nutzt seit 2013 schon den D-Schlauch. Und die Erfahrungen, die die Wehr um Ortsbrandmeister Jörg Nöchel mit dem D-Schlauch gemacht hat, sind so gut, dass das neue Löschgruppenfahrzeug konsequent mit 90 Meter Schnellangriffsleitung in D ausgerüstet wurde. 2016 hatte die Hoxieler Wehr in ihrer Begeisterung über ihre Innovation einen ersten D-Schlauch-Workshop abgehalten. Danach gab es viele Anfragen aus ganz Deutschland nach weiteren Workshops. Und so stand jetzt der zweite Workshop an. 70 Feuerwehrleute aus freiwilligen Berufs- und Werksfeuerwehren aus Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein nahm teil. 70 Feuerwehrleute aus Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein nahm teil.